so was könnte da jetzt drauf sein seine frau vielleicht oder ich hoffe mal ich jedes mal wenn ich den OBS starte naja ich hoffe mal es funktioniert ich weine gleich ganz viele Tränen Tragödie was was wie kannst du geeignete DNA finden was sind die Voraussetzungen für geeignete DNA achso welchen denn vor allem Makel so etwas Makel zu nennen und starb macht sie noch aggressiver ok kein Makel es ist ein leichter Makel dass sie dann anfangen Menschen zu fressen aber ich finde das ein bisschen beunruhigend das ist sicher nicht angenehm was ist denn da jetzt passiert ja oder ja eben ich bin verwirrt weil er war ja unten im oh mein Gott wer war denn dann was ist hier los oh ja einfach mal nachfragen na aktualisiert ja dude sie sind eigentlich irgendwie zweimal gestorben das ist eine immer großartiger werdende Konversation die wir gerade betreiben ich weiß nicht ich weiß nicht wovon redest du denn jetzt meinst du den Chef na apropos ich habe keine Zeit zum aufgeben ich hätte von A nach B geworfen geschickt werde ich da von A nach B soll ich warten bis sie fertig sind oder kann ich durchgehen ok alter achso das ist gar kein Wasser ich dachte ich war schon so ach so ist sie fertig okay kommen wir mal kurze ansagen von wegen wer zum teufel bist du und wieso kennst du mich so gut was ist akrobatik was ist denn hier los gott kurumi wo ist sie wenn du meinst ich bete dass du recht hast okay dadurch alles klar los was ist denn bei dir im kreim hirnlos du kranker bastard wie kann einem so was spaß machen nein was ist der sinn hinter der ganzen sache schau ich ja jetzt ist es zu spät es ist vor allem auch so ich glaube immer an das gute menschen ich habe keine ahnung er hätte ihn treffen sollen im am atraso express was meint er denn damit da hinten ist jemand guck mal das ist der der killer jack der killer hallo aber was macht der hier du musst dir nicht immer so du musst die leute nicht immer so anschreien er kann eh nichts machen also reden in dem falle meine ich dasée sch прибauert hat schau wie wütend er okay nein er redet von einem anderen detektiv von vielleicht vor zwei jahren da hinten ist so ein riesiger boiler der ausschaut wie so eine milchkanne wenn du das rote weg denkst dann schaut es aus wie eine milchkanne oh oh okay Er ist gut, Mann? Das ist alles so übertrieben umständlich. Und wieso mussten wir dann hier mitspielen bei dem ganzen Scheiß? Hätte er es nicht allein machen können? Wurde gesagt. Sieht aus, es gibt nichts mehr zu sagen. Ich habe einiges zu sagen. Na, aber hallo. Ich glaube, das ist eine Art, die ich nicht mehr so verletzen kann. Ich bin nicht mehr so verletzt, dass ich mich nicht mehr so verletzen kann. Also irgendwie ja, schon, oder? Weil, dass du das so durchziehst, einfach die Leute so umzubringen, wenn sie das getan haben, was du willst, danach, das ist schon recht beeindruckend. Naja, also ich vermute, es ist der Kessel. Sieht so aus, als könnte er eine Menge Wärme erzeugen. Vielleicht treibt er die Wärme, treibt die Wärme die Turbinen an, um Strom zu erzeugen. Hm. Ah, schau, diese komischen, dieses komische grüne Zeug da. Es leuchtet zumindest grün. Ist das normal in der Fleischerei? Kann ja sein, ich kenne mich ja nicht gut genug aus. Ich arbeite ja nicht in so Fabriken. Ah, da liegt die nächste Leiche. Okay, großartig. Mensch, die Gami ist riesig da hinten links. Leicht links. Am Paktieren. Mh, nom, 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 nom. Ah, da ist der Amapal mit seinen Fleischbrötchen. Ah, hier ist das Tablett. Yay. Yay. Ah ja, das sind Fubukis Klamotten. Gibt es hier noch irgendwas, was ich davor anschauen kann? Nur eine Tür. Doch, doch, ich mache das schon. Ich wollte nur noch schauen, ob da irgendwas anderes ist vielleicht. Ich muss zugeben, langsam fang ich an zu glauben, dass sie wirklich tot sind. Oh, wie süß. Okay. Um, ich weiß nicht. So ein Roboter, der sich praktisch bewusst wird, dass er nicht real ist. So ein Roboter, der sich in den letzten Jahren mit dem ersten Roboter erfolgen hat. Kein Wunder. Es schaut aus wie Lotusblüten ein bisschen da hinten, die Fleischbällchen. Wie willst du sowas überhaupt feststellen? Weil selbst wenn du der Beste bist im Schachspielen, heißt das ja nicht, dass du der Schlauste bist in Physik. Und so weiter und so fort. Weil ich sehe, es gibt immer jemanden, der super ist in hier und da. Wo kommst du jetzt auf einmal her? Wo zum Teufel warst du? Bist du vielleicht der schlauste Kopf der Welt? Langsam vertraue ich hier niemanden mehr. Mich verloren? Ich bin dort gestanden und habe mich unterhalten. Du hättest mich wenigstens antippen können. Und sagen können, hey, ich gehe mal aufs Klo. Das freut mich für dich. Das freut mich. Aber alter, wir waren auf der Suche. Und sind an merkwürdige Orte gekommen. Ja, so ist er unser guter alter Jako. Ja, ich auch. Langsam verliere ich aber wirklich die Hoffnung. Kurumi-Chan, ich habe mich überrascht. Achso, Aiko war sehr schwer. Ich habe auch eine Anerkdote in der Schule, wenn ich eine Anerkdote verletzt habe. Okay. Danke für die Anekdote. Was? Die Geschichte ist hier. Bitte. Und ja, ich habe mich überrascht, weil ich mich überrascht habe. Ich habe mich überrascht, aber... Haben alle in der Weißen Woche Spritzen bekommen? Keine Ahnung. Ähm... Wie illegal ist das denn? Ja, so es funktioniert bei uns nicht. Die Leute haben sich ja nicht mal alle impfen lassen während Corona. Weil halt alle die Freiheit haben, selbst zu wählen. Also, wenn da jeder wirklich einen Bluttest gemacht hat. Haben sie da vielleicht die super krasse DNA gefunden und waren so... Ja! Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin so, was zum Teufel geht hier vor sich? Ich habe Angst, dass ihr Kopf explodiert, wenn sie das macht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ah. Na gut. Himmeln, haben wir das abgeklärt. Ist vielleicht auch besser so. Daher? Was? Dass die Leute überhaupt noch schlafen können nach sowas, auch wenn es Jahre her ist. Das heißt, ihr wart eine Woche, eine Woche habt ihr einfach komplett verloren. Deswegen eine weiße Woche, weil sie weiß wie Papier ist. Und sich niemand erinnern kann? Was? Wenn man so weiß, was das so, was das alles zu tun hat, ist. Und wenn man sich das ganze Stadt befindet, hat man sich daran herauskriegt. Wenn man sich so schnell auf die Stadt befinden, hat man sich das Gefühl, dass man so kregen können. Aber das heißt, es ist nicht so, dass die Unternehmen und der Unternehmen haben, dass die Unternehmen sich nur zu einem verabschieden, dass sie nur ein paar Jahre lang, dass das ganze Zeit nicht so erneut. Na verstehe ich auch, aber ich würde auch verstehen, wenn die Leute aufstehen und auf die Barrikaden gehen, weil ich meine, irgendwelche Leute würden sich doch mega aufregen über sowas, ich meine zugegeben, die würden vielleicht auch so vor den Friedenswächtern sowas unterdrückt werden oder würden verschwinden, aber trotzdem Wie soll so, also sowas funktioniert doch niemals, ist unmöglich Ich meine, die Stadt ist riesig, vielleicht ein Teil von Leuten kann gemeinsam plötzlich einschlafen und eine Woche weg sein, aber doch nicht alle Was ist nur, was ist nur in dieser einen Woche passiert Wir haben sie nicht gefragt Ja, das auch, die Leute wollten einfach vergessen Äh, fast, glaube ich Oder sind wir schon komplett fertig Ich glaube, sie kann eh nicht durch, sie ist ja geschlossen Oder meinst du die rechte Tür da hinten Tja Das ist, äh, es wird noch richtig spannend, Leute Ich meine, es ist schon Uiuiui, aber So, wir müssen mit ihr reden, na gut Ich höre gar nichts Ich gehe voraus Obwohl ich überhaupt nichts machen kann, selbst wenn ich angegriffen werde Bis wir wieder draußen sind, ist sie wieder verschwunden Ja Ja Was ist das denn jetzt? Ist das Wasser, oder? Ah Ne, schaut aus wie Eis Hä? Was geht denn da ab? Legen die etwas ab? Oh Gott, ich will es gar nicht wissen Oh Sind das Leichen? Oh 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 mein Gott Ja, so schaue ich auch gerade aus Mund offen Ähm Ich glaube, mir wird schlecht Ja und stell dir vor, wohin das Fahrermann führt Oh Nein, sag's nicht Sag's nicht, Mann Nein, nein, sag's nicht Oh Gott, nein Nein Mir wird schlecht, Alter Oh Nee Nee, 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 nee Oh, zum Glück bin ich Vegetarier Das ist ja widerlich Oh Oh Aber erst muss ich ein Gebet sprechen Gott ist gerade richtig erwütend Was ist das denn? Was ist das denn? Oh Gott Ich Nein Ich meine, ich hab's doch Ich hab's geahnt Ich Ich wusste, dass mit diesem Fleischbrötchen irgendwas nicht ganz koscher ist Ich hab's doch gewusst Aber ich hab's Aber ich hab's Mhhh Du willst doch nie, dass du Ah Ah Gott, zum Glück hab ich gesagt, ich will sie nicht essen Oh mein Gott Steff, boah Weil du hast einmal die Möglichkeit gehabt, willst du es essen Ui Ui Oh mein Gott Oh mein Gott Oh Gott Oh Gott Soll ich da wirklich reingehen, wenn das zugeht und ich erfriere? Naja Ich hab ja nicht eine große Art Gewahl Oh Nein Nein Gefälscht Ich weiß, warum du die Frage stellst, aber Ein Kühlschrank Oh You think God stays in heaven Because he himself is afraid of what he's created? Yes Alter Die machen Brötchen aus Menschenfleisch Die guten Mettbrötchen Naja übler Scheiß, Alter Tasche der Leiche Ach Ich hab ja Oh Gott sag mir nicht dass Ist das einer unserer Freunde? Nein, nicht. Nein. Nein. Hier, okay. Alles gut. Das sind echte... Okay, warte, warte. Okay, okay. Hier, hier, hier. Ich muss jetzt mal atmen. Okay, also. Wo bin ich? Wohin werde ich gebracht? Jeder hier ist ein gefährlicher Krimineller, der das Todesurteil verdient. Dieser skrupellose Killer, dieser bösartige Entführer. Alle weinen, während sie zu Gott beten. Werden wir unsere Strafe hier zusammen absitzen? Ohne Verfahren? Scheiße, wären wir doch niemals von der WDO geschnappt worden. Das sind alles Leute, die... Die Detektive... Sie haben uns wie Tiere hier eingesperrt. Diese Drecksäcke. Wir wurden von der Nummer 1 der WDO hierher gebracht. Was? Er wird als der größte Kopf der Welt bezeichnet, oder? Die Notiz wurde hier abgeschnitten. Das ist... ...nicht wahr. Was? Weißt du, willst du der Erma Terraso Corporation die Schuld daran geben? Aber dann stellt sie heraus, dass wir selber die größten Schweine sind. Es ist ganz schön laut jetzt da. Ich weiß nicht warum. War das vorhin auch schon so? Ja, darum geht's auch überhaupt nicht. Die werden zu essen verarbeitet. Ich meine, ist auf der einen Seite sehr biologisch, oder? Dass wir weiter verarbeitet werden und nichts übrig lassen. Welthunger und so. Aber... Ja, warum denn die Fleisch... Nicht kotzen. Nicht kotzen, Mann. Atmen. Atmen. Ja, nicht drüber nachdenken. Sonst musst du nur... Entschuldigung. Entschuldigung. Es ist noch nicht vorbei, sagt er. Oh, juhu. Oh ja, auf jeden Fall. Auch wenn das, was ich bis jetzt gesehen habe, sehr unangenehm war. Wieso mir selbst? Ich bin ich. Ich kann nicht vor mir selbst wegrennen. Diese Durchsage ist echt frech. Boah.